Intro Nee, Schosch Leute, willkommen zum neuen Schosch, zum Sonntag Heute, am Sonntag, den 14.05. Woher ich das weiß, es ist gestern mein Geburtstag gewesen und den vergesse ich ein bisschen unschwer Gut, was war, was ist, was wird, wieso, weshalb, warum Fakt ist, erstmal und foremost, also erstmal ganz ganz großes Danke an alle die jetzt gestern mir über Twitter und Facebook und allem geglückwünscht haben und hier alles Gute zum Geburtstag gewünscht haben Danke an euch, Guys Wirklich, mein Twitter-Feed war den ganzen Tag aktiv obwohl ich, glaube ich, den ganzen Tag nichts geschrieben habe außer ein Tweet, wo ich hier gepostet habe, was ich gebacken habe Und ja, auf jeden Fall euch, Leute Vielen, vielen Dank für all die Glückwünsche Und ja, ich bin jetzt 25, was jetzt? What now? Ich sehe immer noch aus wie ein Lappen Ich bin derselbe voll Mongo wie vorher Gut, was ist aber jetzt, was war, was ist, wieso, weshalb, warum Wir haben letzte Woche ein bisschen mehr gestreamt Jetzt, weil ich natürlich auch Urlaub hatte Nächste Woche habe ich auch noch Urlaub, aber dazu später Ich habe Freitag, Samstag nichts gemacht Weil Freitag kamen neue Möbel Ich habe zwei neue Regale bekommen Eins, wo ich ein bisschen abgefuckt habe sogar Aber das ist mir ehrlich gesagt egal Und ja, das andere, ich musste da backen Das heißt, ich hatte am Freitag nicht die Zeit Ich war irgendwann um acht oder so War ich fertig und hatte ja auch keinen Bock mehr noch Irgendwas zu machen Aber ich habe jetzt neue Regale So für Bücher und Games und hast nicht gesehen Zukunfts, ich roll den Clip hier Da, da, roll den Clip Und das sind jetzt so meine Bücher Die ich jetzt habe Ich habe jetzt endlich mal Das mit dem Bücherregal war überfällig Jetzt, ich merke das echt immer mehr Je mehr ich denn gemerkt habe, dass die Scheiße voll ist Ich meine, fassen kannst du fach Nimm meine Soul-Liter-Sammlung ein Und da drunter ist nochmal Alles Möbel hier an Zeug Also, ja Ich lese an sich doch mehr, als mir manchmal lieb ist Ja, und Und, ja, das andere Regal Ja, ich muss noch mal gucken Ich weiß noch nicht, was ich da jetzt genau reinmachen will Aber aktuell Ist da noch nicht so viel drin Kommt noch Ja, und Das sind jetzt halt neue Regale Die habe ich da Habe ich diese billige Bimbo-Regale von Ikea Also No big deal So, was ist aber auf jeden Fall Nächste Woche Was geht jetzt ab Äh Votings Ich habe ein Voting rausgehauen Ja, mitten in der Woche Und Ja Es Das Ergebnis ist leider unschlüssig Wie sonst was Das originale Ergebnis war ziemlich gut Soweit Bis ich irgendeinen Kackbatzen gedacht habe Ja, ich wähle mal alle 20 Sekunden Meine zwei Projekte, die ich sehen will Und zu blöd für ihn Dass ich genau da das Ganze beobachtet habe Just saying Ihr habt das wirklich in dem Moment bemerkt Und dann Habe ich gemerkt so Ha Komisch Ein Projekt, was bislang Vorletzter Platz war Ist auf einmal zweiter und erster Platz Mit Abstand Something fishy about this Und das ist mir dann aufgefallen Habe ich das Voting neu gemacht Und jetzt habe ich es mir selber ausgesucht Unter den Top 4 Ergebnissen Höchstwahrscheinlich Ratchet & Clank 1 Wirklich für die Playstation 2 Aber ich spiele wahrscheinlich die Remastered Version für die PS3 Weil Because Why not Warum Why Schrott Und dann zum Nachfolger Höchstwahrscheinlich Kingdom Hearts Birth by Sleep Weil Ich glaube doch Eher das Wenn denn das Ich weiß auch nicht Ich glaube das passt da besser ein bisschen zu Bin ich der Meinung Glaube ich Ich weiß es auch nicht Auf jeden Fall ist es das Worauf ich eher Bock habe Und das waren Als ich das Voting offiziell beendet habe Waren das sowieso fast alle gleich Also habe ich mir gesagt Ich suche es mir dann am Ende aus Aus den Top 4 Und Bioshock Streamen wir ja in der Zwischenzeit Und ja Das ist halt schon eine Sache Ist halt alles Nicht so easy Wie wird jetzt aber Diese Woche ablaufen Erstmal ich streame heute Wahrscheinlich streame ich jetzt Wenn ihr das hier schon seht Möglicherweise Aber ich wollte so gegen 15 Uhr loslegen Ich wollte heute Das Ganze ein bisschen gechillter angehen Weil ich halt Ja Die letzten zwei Tage Ein bisschen viel um die Ohren hatte Und jetzt mal ein bisschen Wieder runter Denn Ab morgen Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Behaltet Twitter im Auge Oder folgt mir direkt auf Twitch Dann kriegt ihr da eine Nachricht Für wann ich streame Und ja Weil ich live bin Und hast du nicht gesehen Weil Ich habe nur noch bis Ne Donnerstag Bin ich auch schon nicht mehr Das heißt nur noch Montag Dienstag Mittwoch Weil Donnerstag bin ich nämlich gar nicht da Da fahre ich dann zu mir hier runter Und mache Urlaub Für ein Wochenende Und dann da auf die Woche Muss ich wieder arbeiten Und Und bin dann wieder super deprimiert Und Hast du nicht gesehen Macht keinen Spaß Sag ich euch Aber ich freue mich schon lange Auf das Wochenende Vor allem Und das ist der most important point Ich werde wahrscheinlich nochmal Mittwoch ein separates Video dazu raushauen Nochmal einen separaten Vlog So wann wie und wieso Aber wir sind natürlich wieder Auf dem Japantag vorhanden Die LH Crew und ich Und Ja und dann machen wir Habe ich ja letztes Mal schon gesagt Dann können wir gerne den Handshake machen Und den I hug you Because Ich kann das ziemlich gut Dafür Bin ich die Masse Die Masse die das kann Und Ja ich fahre schon Donnerstag los Weil Donnerstag Mit Milchi chillen Denn Weil Einfach nur chillen Filme gucken Dinge tun Freitag wollen wir hier Durch die Stadt Marschieren Dödeln Und Ja So Schwul das auch klingt Aber wir wollen shoppen gehen Fragt nicht Wir gehen wirklich in so ein Der Laden heißt Dark Ages Laut ihm Und Der soll verdammt geilen Style haben Und da will ich hin Und mir mal irgendwas Neues zulegen Und Das seht ihr dann höchstwahrscheinlich Auf Twitter Das seht ihr dann da unten Da ist Ich mach so viel Albenberger Und diese Folge Das ist unnormal Das ist übrigens Ein So konfindeter Sandgeil Shirt Just in case You didn't notice Und Ja Freitag Ist dann das Bibi ist auch da Die ist dann auch bei uns Kisu kommt dann auch am Dienstag Am Freitag nach Und am Samstag Ist dann J-Day Und am Sonntag Fahre ich wieder heim Und ich hoffe Ich hab Montag dann frei Because Es wäre AIDS Wenn ich dann an dem Tag Direkt Frühschicht hätte Deswegen Ich hoffe mal Mein Chef hat den Zettel gelesen Den ich da ihm hinterlassen hab Bevor ich Zum Urlaub gegangen bin Wenn nicht Hab ich ein Problem Auf jeden Fall Ich wünsche euch noch Eine schöne Zeit Eine schöne Woche Und ein schönes Wochenende Und hoffentlich Bis im Stream Wo wir Rösser dann Klink 1 Heute streamen Bis zum nächsten Mal So Leute Woa Bis zum nächsten Mal.